In dem Wald, da kann man auch matten Prüfstücken. Wir sind die evangelische Kita Lütje Lü von Aschhausen im Norddeutschland. Wir sind ein Kinderspielraum, Traum, Spaß, Entdecker, Zeit, Haus. Wir möchten, dass die Kinder sich hier richtig wohlfühlen, sich angenommen fühlen und bestmöglich entfalten können. Das gruppenübergreifende Konzept ermöglicht den Kindern die Freiwahl der Spielpartner, der Spielorte, sodass die Kinder hier ihre eigenen Entscheidungen treffen können, womit sie sich wie lange befassen möchten. Wir haben hier ein Atelier, Bewegungsbereich, Rollenspielbereiche und Baubereiche. Aktuell haben wir dort auch noch eine kleine Werkstatt eingerichtet mit alten Elektrogeräten. Ja, draußen ist ganz wichtig. Wir haben keine begrenzten Zeiten, sondern die Kinder können jederzeit raus. Für Kinder ist Wasser eines der wichtigsten Elemente und sie können hier ganz viel mit Wasser spielen, planschen oder Dämme bauen und das Wasser einfach als Element genießen und damit arbeiten. Ich will, dass es super läuft. Wir haben hier vor der Haustür ganz viel Natur, das Meer, Wälder, Wiesen, viele Höfe. Im Wald können sie sich frei bewegen, ihre Motorik schulen, sich Sachen trauen. Sie können sich ausprobieren und an ihre Grenzen gehen. Also der Wald ist ein riesiges Bildungsangebot. Let's hear you!